Hören Sie auf, Sie gehen doch nicht so schlagen. Irgendwas in der Art oder 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 oder. Fahren Sie vorsichtig. Schönen Tag noch. Hier ist der kleine Süße hier. Helfer? Was? Äh, nein. Sie können jemanden grüßen, Bodycam läuft. Hallo, Bob. Hey, Bodycam läuft. Wollen Sie jemanden grüßen? Schönen Tag noch. Tschüss. Nein, möchte ich nicht. Schönen Tag noch. Oh Mann. Leck meine Eier. Ui, Eier. Runter vom Fahrzeug. Habe sie in der Anlage an oder was? Idiot. Schwachkopf. Das hättest du sein können. Schriftlich ein D-Funk. Das ist ein D-Funk, der Herr. Was zum Spritzen? Oh, ich spritz. Das ist die Geld. Denke ich auch nicht mehr. Ja. 128. Wollt ihr mich aber meinen perfekten Eier wecken? Oh, die Eier. Ich glaube es kommt. Bläh. 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 Ah nicht, das ist die Zündung. Und, wie war es die Untersuchung mit Spritzen? Fand sie ist okay? Ja. Oder lieben sie Spritzen? das regnet hast du nicht aufgegessen ich schon es ist abgestürzt ich komme so schnell wie möglich rein noch noch schon wieder am handy das handy ich komme weg mein baby hallo connected channel switched aber gibt es nicht jetzt sind sie aufgeschmackt jetzt sind sie aufgeschmackt wollte ich schicken ja man jetzt machen sie hat ja klippen heute kam läuft hier her ja ich hab mein lkw nicht mehr unter kontrolle gehabt sorry sorry für nichts baby ich wurde ein spinnbänder abgekachelt ja leck doch meine eier ui gerne oder willst du meinen schuh lecken das ist dein schwanz ui hallo ich bin in der aufnahme fick dich wie ficken wie ficken ja aber darfst du wirst wo ich war ja ja da war dabei ja bin ich jetzt verletzt Ich muss Gummi geben. Guck mal, unser LKW an. Er kocht schon wieder klein. Ich glaube, der möchte heute Suppe kochen. Ja, das war Shit-On. Gehen wir jetzt laufen, oder was? Mikrofon activated. Ja, Taxi-Service. Der wird die ausmachen, Glurie. Ja. User in your channel timed out. Was ist denn? Ja. Ein Schnucki. User joined your channel. Wie der Ecke mir gleich gedespawn ist. Ja, ich weiß nur, dass wir Löcher haben. In unserer Armen. Ja, müssen wir anderen nehmen, ja? Ja, die Eins wahrscheinlich. Microphone muted. Ja. 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 Das ist dich, weil ich das boxen kann. Äh, ich boxe schon wieder. Darf ich? Kommt ihr wieder? Der dreht mich auf, what the fuck? Taxi service. Was ist denn jetzt schon mal passiert? Ja, es gab einen kleinen Unfall. Also einen kleinen Unfall. Gut, ich werd die Wurden zuziehen. Na warte, ich war nicht fertig. Diesmal keine Schlägerei, sondern ein LKW ist vor meine Nase gespawnt und dann bin ich gegen reingefahren und dann bin ich jetzt verletzt. Ah, okay. Ja, klar, Moment, ich muss kurz aufrufen. Ja. Oh, ich brauche an die Meier. Ja, bitte. Haben Sie eine Verletzung? Nö. Unfähr. So, was haben Sie es gehabt? Irgendwas. Ja, kriegen Pflaster drauf und passt das. Ein Pflaster. Wie das ist jetzt so Angewohnheit? Schönen Tag noch. Ja, und das ist jetzt mit meinem Bein? Müsst du das nicht untersucht haben? Das ist jetzt mit meinem Bein? Das habe ich untersucht. Ist ein Pflaster drauf. Sie hat einen Kratzer gehabt. Ach so. Schönen Tag noch. Ja, können Sie uns fragen? Wohin vor? Nein, das kann ich nicht. Aus fahrzeugungstechnischen Gründen. Ach warum? Wie gesagt, aus fahrzeugungstechnischen Gründen darf ich das nicht untersuchen. Schönen Tag. Schönen Tag. Ich zähl bis drei. Schöner Trick. Trick. Ja, jetzt müssen wir zurück nach draußen laufen. Trick. Komm. Oh nein. Oh nein. Wann kommen die Bullen? Hallo? Hallo? Ist hier was passiert? Kann man Ihnen helfen? Wo? Steigen Sie mal kurz aus. Kann man Ihnen helfen? Wenn Sie hier sind. Moin. Einmal bitte kurz zur Seite kommen. Wichtig. Gebt um die meine Herren gerade. Ich habe Sie dafür zugerufen. Ja, alles klar. Hä? Warum? Verstehe ich jetzt nicht warum. Aber die Bullen ruft direkt. Komm. Na komm, wir laufen. Schönen Tag. Tschüss. Oh Mann ey. Warte. Warte mal zu. Also. Wie ist denn da. War richtig groß die Reichweite. Ja. Ja. Das ist nicht das. Ich weiß nicht. Wie ist das? Wie ist das? habe ich was gemacht wir haben das ist für mich ja dann kommst du mal wieder auf den bürgersteig ja mikrofon ich werde noch mal besuchen gleich und mit auch nie ja andere gibt es nicht wir sind immer fahrfähig ne user join your channel komm komm ja er ist ja auch nicht mehr fahrfähig eigentlich ja doch immerhin etwas mensch hat etwas zu holen vielleicht nutze ich an wegen dings fahr mal da lang vielleicht hier noch es ist aus na komm ich hab keine ruckelscheide kochen komm denkst du es noch da hinten ja so ruft immer an wir haben löcher in den schuh guck mal unten an die schuhsohle da oh ne sie stehen da immer noch er kommt zurück hallo ach das das ist eine schöne überraschung dass wir uns wieder sehen ja kann man helfen na na ich wollte erstmal nur wissen warum sie mein personal aus heute sehen warte personenkontrolle ach und ihn wollten sie nicht sehen ne aber sie können jetzt auch einmal bitte von der straße runter gehen ja und denn da bitte ja und dann gut dann werden sie nicht überfahren das ist mir egal ja mir aber nicht gehen sie mal bitte von der straße runter ja hallo ich brauch ein auto sonst kann ich dann bleib ich hier den auf die Straße was macht was es wollt das ist das ist das ist mit Ich wollte gerade einen Dispatch abschicken. Mikrofon activated. Was er wollte. Abgeschritten scheiß Buller. Scheiß Buller. Die Kacheln kann man auch nicht mehr fangen. Nein, nö. Kommt gleich wieder zurück, weißt du? Wir sind nicht da. Achso, hier ist es. Ach mit? Er wollte mich sehen. Ja. Wenigens eins mit null recht. Kommst du? Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Dann müssen wir eine Klickerei machen. Das war dann mal die Brüllen. Das war meine. Hallo? Ja. Ich wollte nicht tot schlagen halt. Nee. Nur, dass du bitte verletzt. Meinst du mich oder was? Ja. Das meint den Feuerwehrtyp. Kannst du den umklatschen? Nee. Den boxen. Ja. Den will ich K.O. haben. Hallo, wie wollen die die K.O. töten? Nein, nicht töten, aber K.O. Na, K.O. ist doch tot. Ja. So kann man eigentlich nicht mehr fahren. Äh, nee. Alter. Hab ich mich gerade erschrocken? Ja. Was für Fehl-AP? Was für Fehl-AP? Hm. Und du ist hier. Fehl-AP. Was für Fehl-AP? Was für Fehl-AP? Ja. Was für Fehl-AP? Was für Fehl-AP? Hallo. Hallo. Hallo, ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte einmal Handschellen kaufen, wenn das hier gibt. Handschellen? Ja. Ähm. Wie können Sie, glaube ich, hier nicht kaufen? Die dürfen Sie, glaube ich, gar nicht haben. Ja. Oder wo arbeiten Sie? Äh, noch nirgends wo. Ähm. Aktuell ist leider das Problem, dass ich, äh, die Dokumente nicht habe. Deswegen kann ich Ihnen sowieso aktuell nichts geben, verkaufen. Ja. Ähm. Wie heißen Sie denn? Dann treiben wir das ein, dann melde ich mich bei Ihnen. Ja. Peter Stefan. Geben Sie mir mal Ihre Nummer. oder so. Ja. Sie haben gesagt, die Nummer geben. Ähm. Ähm. Und Ihre bitte noch. Soll ich dann weiß, wer das dann sind? Ja. Kann ich gerne machen. Mein Name ist Savas Gonzalez. Ähm. Stellvertretende Leitung von Gonzalez Security. Ja. Und, ähm, schreiben Sie mir bitte Ihr Anliegen. Dann werde ich mich, sobald ich dann auch mal die Dokumente hier bekommen, werde ich mich bei Ihnen melden und Ihnen eine Auskunft geben. Ja. Ja. Ja, weil hier, wenn ich auf X-Muskel drücke, hier ist ja, ja, ähm, Waffen, also hier in der, äh, Handfelle angezeigt und dann durchsuchen. Wollen Sie mich durchsuchen oder was? Nee. Ich hab doch nur gesagt, was ich sehe. Ja, das, ähm, das kann man ja auch mit, mit, mit Zip-Ties machen, mit, mit, mit hier Kabelbindern. Ach, okay. Aber wie gesagt, ähm, ich hab aktuell keine Dokumente, äh, weil die noch nicht fertig ausgedruckt sind alle und deswegen kann ich Ihnen aktuell nichts verkaufen. Okay, aber vielen Dank. Kein Problem, ich meld mich bei Ihnen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Was für scheiß-Admin. Wahrscheinlich war das wieder ein scheiß-Admin. Ja. Ja, lass dir ruhig Zeit, Kara. Ja. Sollen wir sonst mal, sollen wir laufen oder was? Ja. Der kann ja fahren, die Kara. Sollen wir laufen dahinter oder was? Was, bis dahinten noch? Ja. Nach dem Motto. Ja. Na eben. Ja. Nach deren Ferkel. Ich will einen scheiß-Admin von mir. Sieht du, nee. Fehl-Admin? Wo hab ich Fehl-Admin gemacht? Hä? Nein, wegen dem Blotten Reifen. Nee. Hätte ja mal einen Grund mit hinschreiblichen. Hätte ja mal einen Grund mit hinschreiblichen. Wahnsinn. Ich kann ja nur ein Auto fahren, sodass es mit nur Rädern hat. Nein. Ich klatsch den kleinen Lumpf. Ich rufe den. Hö. 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 Höh. Hö. 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 Ja dann referieren Sie mal mein Auto. Ich kann ja ohne Reifen fahren. Hallo? Ich habe kein Auto mit Tier, äh Tier, was geht. Der andere ist ja Schrott, Tier. Also nicht die, aber ein anderer ist Schrott. User joined your channel. Hat er Eier? Oder hat er keine Eier? Eier. Oder traut er sich nicht hierher? Ja, ich glaube nicht, dass er sich traut. Ich glaube auch nicht, dass er sich traut, hier das Fahrzeug zu reparieren, wenn ich wieder rauskomme. Hier liegen noch deine Spritzer. Ui. Also wenn das Auto nicht repariert ist, das ist aber kein guter Atmen. Nö. Der Atmen wird. Mir aber kann nur nicht sich trauen, hierher zu zeigen. Wetten wir nicht davor komme, also hier kleckt, wovon wir wetten der ist, dass das ist immer noch nicht ganz? Wollte ich nicht. Das würde ich Ihnen da sagen, kein cooler Atmen. Lalalalala. Wartest du? Ja. Kannst ja gucken, wenn er Eier hat. Ich glaube ich war in einem MAN. Sieht so aus? Ja. Komm rein mein Baby. Ihr Cheryl hat euch eingeladen. Da ist es schon wichtig, jemand. Eier hat euch gehört. Danke. Danke. Danke! Danke! Na ich sag doch, DARTMAN hat keine Eier in der Hose. Kommst du? Also DARTMAN hat doch keine Eier. Eier! Wahrscheinlich ist es ein Mädel. Ohi Mädel. Was? Ohi Mädel. Den kann ich schon wegbruchsen. Von hinten. Das ist auch nicht wegfaxen. Na bei mir nicht. Das ist aber alles verbockt. Verbockt? Nee, Justin ist doch ein Überhauptmann. Also hätte er eigentlich einen Eier. Kommst du von Justin? So heißt er doch. Achso. Verwarnung von... Aber ich weiß doch, dass er doch keine Eier hat. Ahja. Hat er aufgehört mit Faxen machen. Ach guck, der hört mich. Was hast du gesagt? Schaffst du dich zu benehmen? Ja, was krieg ich von dir, wenn ich es schaffe? Herr Justin. Die hat einen Kekse. Wie kann ich von Dir sein, wenn ich es da schaffe? Herr Justin? Wo war der unser witz? Und Hörerfeind. Ja, erbohren. Keine weitere Warns. Was meint er? Wenn ich nicht benehme, dann bekomme ich keine Warnung. Kriege ich dann auch meinen Reparaturkasten. Bitte. Muss mal der AC kommen. Sagt er jetzt. Was? Sagt er wahrscheinlich, dass der AC kommen muss. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe jetzt schon nicht so kalt ab. Und? Was ist denn? Na, wenn ich hier stehe. Hey, kann ich nicht drücken. Hier kann man nicht drücken. Schreibe hier unten. Kriege ich dann meinen Reparaturkasten, Herr Justin. Bitte. Ich glaube, darauf antwortet er jetzt nicht. Nur für, nur wegen meinem Verhalten wahrscheinlich. Was ist denn da so eine Langeweine? Ist doch so eine Langeweine. Wo musst du denn hin? Ich arbeite hier nicht für ein Pferd. Also wenn man die Abliegen muss. Was ist denn dein Navi? Ja, der sagt, ich soll noch einmal um den Kreis drehen. Der Sebastian kann auch mal helfen. Der Kleiner. Weißt du dir auch nicht die Route? Äh, den Park Slot. Das ist nur du. Nee, ich bin nicht die Route. Nee, ich bin nicht die Route. Guck, Justin hört uns. Aber er gibt nur keine Antwort. Auf meinen Reparaturkasten-Antwort. Macht dann ja keine Fakten. Nee, bei mir nicht. Bei mir wäre das nicht so normal. Ich weiß nicht, ich muss doch oben abliefern. Nee, kann nicht sein. Nee, kann nicht sein. Dann kannst du uns hören. Wenn ja, dann zeigt dich. Okay. Ich weiß, dass er auch nicht wird. Aber er will sich nur noch zeigen. Ja, weißt du. Na, wir drehen. Aua. Wahrscheinlich weiß er, dass die Bodycam ja läuft. Der kleine Mann. Bei ihm muss die Windel gewächst werden. Ui Windel. So, hier fahre ich jetzt richtig. Und den? Ich glaube, wir sind da unten irgendwo. Ja. Ja. Ich sehe es nur. Na, ich sehe es ja nicht. Denkst du unten? Ja, muss ja. Kann ja nicht das Auto noch liefern. Ey, das wäre lustig, der. Siehst du doch an diesem Platz? Nee. Hinter dem meine ich, der. Wir müssen wieder runterkommen. Von der Autobahn. Von der Autobahn. Ah, Tristan hat doch keine Eier mehr. Ach, hier. Äh. Zeig uns ein Navi, wo du hin musst. Da zeigst du dir nicht. Ach, stimmt ja. Jetzt, warte. Ich bin richtig eingezeichnet, ne? Auf der A1, weiß ich das. Ja. Wir müssen jetzt mal runter auf der Autobahn. Jedenfalls. Na, stimmt ja, ja. User joined your channel. User joined your channel. Ah, du brauchst auch an. Wir müssen heute links da drauf. Wies du das? Als du ja nicht dein... ... wo du abalern musst. Ja. Ich frag mich mal, dass es näher geht, wenn ich das nicht sehe. Was sagt der denn? Stelle den LKW korrekt in den Parkverein. Ja, aber wo soll er denn sein, das soll er? Ja, hier muss ich den nicht sehen. Aber wir müssen in der Nähe sein. Ich glaube, er geht auf dem Parkplatz. Oder? Ja. Der vor dir ist. Macht doch mehr, das nen Sinn. Ich hör auf den Zaun. Ich hör auf den Zaun. Jetzt so. Ja. Äh, drückwärts. Logisch. Ja. Gut, da hätte ich von der anderen Seite kommen. Dann ist er auch bescheiden. Thorsten hat keine Eier. Ui, Eier. Erstens er traut sich nicht und zweitens er redet er nicht. Also kann er keine Eier haben. Ah ja. Endlich. Sehr schön. Hat ja ewig gedauert, ey. Einfach beide durchgeglitscht. Ja? Ja, das ist so mit dem Zaun. Ja, das ist so mit dem Zaun. Ist immer so. Immer so. Das ist auch eins. Nein. Ja. Nein. Au. Hat mich an was getroffen? Nee. Mag mir mal. Weck er will, logisch. Nee, weißt du? Okay. Kekse. Klatsch. Ist der kleine Mann überhaupt noch da? Nee. Eins gedreht, dann sehen wir sie. User joined your channel. Oh. Das ist der kleine Mann. Ciao. Das ist der kleine Mann. 筤üfe. Super. War. 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 Die mana. War. User left your channel Hast du das gesehen was von vorne an unserer Schalt klatschte? Ja ich sag doch wahrscheinlich. Wo soll ich hin? Hast du das gesehen was von vorne an unserer Schalt klatschte? Ich sag doch die meisten Atmins sind hier besoffen. Die meisten Atmins hier ist das besoffen. User left your channel. User left your channel. Sehr gut. Probeider. Super. 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 Ja, und dann? Na, wir bockten uns ein bisschen gegenseitig, bis wir fast verletzt sind, ja? Dass wir ihn hier herrassen können. Wäre ich was meine? Ui, in drübster Platz. Warte. Anni? Ja. Warst du jetzt erlitten? An der Arm müsste es jetzt sein. Hey, nö. Okay, bockst du mich? Ich hab auch in drin. Noch einmal? Ja, oh. Jetzt im Kopf drin. Und du? Und jetzt? Hat Schmerzen. Große Brennung. Au. Wo hast du jetzt schon? Oh. Schlagst du mich? Von Sprung? Aktive Blutung steht da. Wie? Und mein Puls geht relativ hoch. Ich hör's. Woher? Weil er so gemacht. Ja. Schlagst du mich? Aber von Sprung. Rennst weg? Ja. Gut, und jetzt rennst du zurück. Renn, rein, rein. Wahnsinn. Jetzt geht's mit dem Video los. Wie bei mir. Das heißt nichts Gutes. Hallo. 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 Ich bräuchte mal einen Rettungsdienst. Ja, was ist denn passiert? Bei LKW Logistik und hier, ja, wir wurden angefahren. Also zwei verletzte Personen? Also, na, also ich geh ja noch fast mit Halbtot und mein Kollege auch. Sie wurden angefahren? Ja. Vom PKW, vom LKW? Na, vom PKW. Alles klar, wo haben sie denn Verletzungen? Sehen sie das? Ähm, mit, ähm, 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 innerhalb wo die Brust ist und am Kopf. Und aktive Blutung, kannst du so sagen? Also mit aktive Blutung. Alles klar, weiß ich Bescheid, die Kollegen sind auf dem Weg, ja? Jo, danke. Alles klar, tschö. Soll ich die Bullen auch anfordern? Ähm, nee. Warte. Alter, ich weiß nur, dass ich vertaut bin. Ja, geht nicht anders. Was, du? Puls messen. Wieso? 145 Pflege pro Minute. 150 zu 100 habe ich meinen Blutdruck. Alter, er ist richtig hoch. User left your channel. Ach so, war der Blutdruck. Ja. Baby. Baby. Wie? 100 Pflege pro Minute. Wie? 170 Spuss. Oh, das ist gar nicht gut. Du hast relativ hoch und du ist zu hoch deinem Puls. ...deinem Blutdruck. dafür habe ich keinen kopfschmerzen mehr am kopf hatte habe ich immer noch aber die schmerzen lassen nach nicht mehr zu haben ich bin trotzdem fast down das ist ein daumen den habe ich von rucksack um hier muss machen du musst dich drehen setzen user left your channel a r m c a i r wenn sie damit aufhören user left your channel da ist das gerät a r also c a r m c a i r habe ich nie doch bei 404 da ist was anderes bei mir und was möchte die deutsche feuerwehr ob im holz hast du weil ich bin bei proppi mode mode user left your channel kommt nur dort und das direkt ein anderer klo ja ich geh auf ihm hoch und doch Mikrofon aktiviert. Ah ja, alles klar. Perfekt. Dann kriegen Sie einmal von mir fix die Quetschverletzung abverbandagiert. Okay. Ich hör den anderen. Hm. So, und dann kriegen Sie von mir einmal einen Zugang. Rechts oder links? Was wollen Sie? Na, links. Links machen wir dann. Achtung, er kann kurz mal ein bisschen pieksen. Ach, ich liebe Spritzen. Ui, Spritzen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Einen großen RTW. Ui. Juhu. Jetzt sind wir hier bei RTL. So. Guten Tag, wir sind vom Klinik am Sudring. Holt ihr euch einmal den zweiten dort drüben? Ja. Den Herstellfahren habe ich voll im Griff. Ich bin Dirk. Ich hab auch das Gefühl, dass ihr aus Klinik am Sudring kommt. So. Kann da ein Verkehrsunfall hier. So. So, dann lassen wir uns einfach fix durchlaufen, ne? Ja. Dauert das lange? Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Er wurde mit angefahren. Da kommen Sie von mir einmal einen EKG ran, ja? Er hat sich auf den Staub gemacht, der Penner. Er hat sich auf den Staub gemacht, der Penner. So. EKG sitzt. So, Herr Meier. Mir ist Ihr Blutdruck ein bisschen zu niedrig. Ja, da lege ich ihn einmal in den Zugang. Er kann kurz kalt werden durch das Desinfektionsmittel. So, zack. Hier kommt die Nadel. Kann ganz kurz pieken. Ach! Er sitzt auch schon drinnen. So schlimm ist das nicht. Da kriegt sie noch ein kleines Helokitchen-Pflaster auf. Dann passt das nicht. So. So, dann bekommen Sie noch mal eine Naht von mir angehangen, ja? Wollte ich übersetzen für Sie die Kochsalzlösung? Kann auch noch mal zu mir kommen. Das ganze bringt Ihren Blutdruck einfach noch mal ein bisschen höher. Hallo? Können Sie mal kurz kommen? Ja, ich komme noch mal. Ich meine nicht Sie, ich meine eigentlich Ihr Kollege. Ja, ich gar nicht. Ich bleib jetzt auch mal rüber. Ja, ich wollte nur gerade fragen, ob wir aus Klinik jetzt die Trinkzeit oder wie. Ja, wir sind von Klinik jetzt die Trinkzeit. Ja, aber Kann man sich bewerben? Nee. Neee. Wir nehmen nur Idioten. Gucken sie im Fernsehen. Ja, aber die Ärzte haben vom Pusten und Blasen keine Ahnung. Nee, vor allem nicht zu blasen. Egal, ich sag jetzt einfach von vorne bis hinten, keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, wie das auch richtig auskommt. So, Herr Stefan. Ihr EKG nämlich wieder ab, Zugang wurde soeben gezogen. Kann mich bitte noch die Kompresse einmal bitte raufdrücken. Heavy. Vielen Dank. Ja, ja, so schnell ging das schon. Ach so. Könnte ich noch eine Spritze bekommen? Nee, die Spritze, da hab ich zwar welche bei, aber das wird jetzt nicht notwendig sein. Haben wir nicht. Spritzen? Manu, ich mag Spritzen. Schade eigentlich. Ja, ich mag auch Spritzen. Ich bin ganz ehrlich. Viele Leute haben ja Angst vor den Impfungen und so. Ich liebe Impfungen. Ah, ich auch. Da bin ich bei dir. Warte, wenn ich die dann noch jemand anderen in den Arm spritzen darf. Ich bin bis zirka 16 Uhr da, als du Bescheid weißt, ne? Das ist mir so komisch, ne? Wobei man sieht, wie die Leute da bleiben. Bis zirka 16 Uhr bin ich heute da. Herr Kollege. Was kann ich für Sie tun? Na, einer kann mal kurz mit mir mitkommen. Warte, ist jetzt schon wieder. Ja, ich hab mal eine Brasse. Nee, Herr Mayer. Na? So, der Druck erholt sich gerade. User join your town. Na, sie läuft noch schnell durch. Das können Sie jetzt UKK gerne fragen. Die sind für zuständig. Ich gebe Ihnen hier schon mal eine Brasse, ja? Wenn ich Ihnen gleich hier kurz den Zugang ziehe, einmal bitte draufdrücken, ja? Ja. Da kann nämlich noch ein bisschen restliches Blut rauskommen. Dann ziehe ich Ihnen jetzt schon mal schnell den Zugang. User join your town. Oh. Ja, blöde. Können Sie dann vielleicht mal aufhören, mir hier ins linke Ohr zu stöhnen. So, der Zugang ist verzogen. Jetzt fängt das ein bisschen an zu bluten. Können Sie ruhig die Kompressor einmal raufdrücken, ja? Das hört in zwei, drei Minuten auf. Ich glaube, Sie haben einen Satz. Nein, 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 das ist EKG. Das ist EKG. Ja. Achso. Hinten liegen noch viele. EKG ist ab. Dann dürfen Sie die Kompressor einmal wegnehmen. Mir einmal kurz geben. Dann kriegen Sie ja noch ein Hello Kitty Fässer rauf. Ich habe mal die Pulmer an. Ich glaube, ich war eine Schlägerei gewesen. So viel Blut gewählt liegt. Okay. Wollt es offen. Ja. Das passt soweit. Ja. Wohne ich dir jetzt verblägt, du Bullen? Ja, wir rufen die an. Okay. Habt ihr auch beide euch hier geschlagen? Das kann die Pulver prüfen. Die haben dafür Instrumente, dann so schauen, welches Blut das ist. Also, ich würde ehrlich sein. Hallo, ich gebe zu, ich fahr das nicht. Gut. Der hat ja nicht so befürchtet. Darf ich Sie fragen, warum Sie ein rotes Auge haben? Da wohnen nur unter dem Auge. Wie meine ich? Na, hier, 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 der Stöhnenaffe. Stöhnenaffe. Ich wusste nicht, wie ich das ausregen sollte. Können Sie jetzt mal aufhören? Äh, das heißt mit Zauberwort? Ich werde jetzt hier nicht bitte das sagen. Äh, doch. Ne. Ich glaube, das Bild geht von der Windel. Ui. Ich glaube, ich muss gleich. Ne, ich glaube, ich rufe gleich mal meinen Ehemann an. Mal gucken, wie der... So, die Herren. Du bist ruhig. Der hat mir auch zu stören. Oder ich rieche die Polen und lasse sie einweisen. Und wir gehen auch so schnell raus. Das können Sie sich aussuchen. Ja, ja. Nicht ja, ja. Haben Sie das verstanden? Ja. Brauchen Sie das umschreien direkt, ja. User joined your channel. Machst du dir mal nichts, ist Ihre Arbeit nicht hier, als rumzustehen hier. Zwei RTW 1 an Leihstelle. Einmal bitte die Polen nachalarmieren. Komm hin. Er braucht die von die scheiß Polen. Ja, keiner. So verstanden, danke. Und kommen die Weicheier. Die Weicheier. Die Herren in Blau bringen gleich auch noch Handschellen für Sie mit. Weg. Ja. Ich will zum Danke haben, nicht zum Flugzeug zu suchen. Ach ja, warte. Wir müssen abhauen. Alles gut. Warte, meinen Sie. Ich hab nicht mit Ihnen geredet. Alles gut. Aha. Sie sind schon, dass ich trotzdem höre. Wenn Sie ihn halten. Ja, dann müssen Sie das nächste Mal richtig zuhören. Na, wir hören richtig zu ihr. Dann fahre ich halt meine Bodycam. Das ist der eine Herr, der jetzt hier die ganze Zeit rumläuft. Etwas fahre ich jetzt mal ein bisschen eloquenter, ja. Und bleiben jetzt mal auf unserem Niveau. Oder, ich lege sie gleich eine Runde schlafen. Ui, schlafen? Ja, bis die Polizei kommt. Wollen Sie mal mit der Hinsetzen? Einmal mit der Hinsetzen, dann durchfallen. Ja. Sie. Einmal mit der Hinsetzen. Ich hab mich gerade in den Wind geschissen. Ja, ja. Sehr schön für Sie, wenn Sie sich in die Winde schreißen. Ach, nein, nicht der schon wieder. Moin. Du kannst die Bade. Oh, nee, nicht der schon wieder. Ich hab mich schon... Ich hab mich schon... Er scheint durch mal stumm. Die scheiß Beugeln schon drauf. Ich kann mal schnell. Ich kann die Waffe zücken und ihn schlafen legen. Ja. Mikrofon aktiviert. Was ist denn nicht los? Ja, dann würde ich Sie ja mal fragen. Ja, aber was ist jetzt... Was ist jetzt hier anliegen? Ich würde gerne wissen, wer Sie sind. Warum ist einmal ein Personales was für mich? Äh... Erst... Erst gibt mein Kollege Ihnen. Immer war ich die Bullen hier, aber bei erstes. Jetzt ist er mal dran. Wir müssen keine Japphau. Mikrofon aktiviert. Fünf Muskel. Auf Brieftasche Personalauswoll zeigen. Mensch. Ja. Dankeschön. Herr Meier. Mensch. Ja, Herr Meier, müssen wir den nochmal zeigen? Bitte? Weil ich dazwischen kam. User joined your channel. Dankeschön. Ja, ist der Fünfters aktuell? Ja. Okay. Ja, wir müssen mal erzählen, was dir vorgefallen ist. Ich kann aber auch sagen, wenn Sie wollen. Ja, Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Der Penner hat sich auf dem Staub gemacht. Okay. Äh... Was heißt, Sie waren... ...Geschädigter am Verkehrsunfall? Ja, Verletzter. Okay. Äh... Was ist mit Ihnen? Ja. Ja, bei mir ging dasselbe. Also... Der eine kam hierher. Ja. Ist hier reingefahren. Hat uns hier umgemäht. Also nicht, dass wir komplett hier am Boden liegen, wie ich jetzt hier. Zum Beispiel. Ja. Dass wir halt eben schwer verletzt waren. Am Brustkörper, also wirklich. Okay. Äh... Brauchen Sie meinen Personalausweis auch? Nee, den hab ich schon. Was, Sie haben meinen schon? Ja, Sie haben mir den doch gerade irgendwo gegeben. Achso. Okay. Äh, wie sagt das Wort sich aus? Ähm... Blau und Schwarz. Blau und Schwarz. Was war das für ein Fahrzeug? Mercedes. Äh... Wissen Sie welches Modell? Äh... Nee. Könnten Sie ein Kennzeichen erkennen? Ja, müssen Sie meinen Kollegen mal fragen. Ja, konnten Sie ihn ganz ein bisschen erkennen hier? Äh, nee, nee. Nee. Okay. Also Sie sagen mir, ist ein blau-schwarzer Mercedes reingefahren, hat sie umgefahren und ist wieder... Auf dem Staukörper. Ja. Okay. Und Sie haben keine Ahnung, wer das sein könnte? Oder... Nee. Haben Sie sich irgendwie in letzter Zeit mit irgendwelchen Leuten angelegt? Nee, wir sind ja seit gestern hier drauf. Und ich arbeite schon seit gestern hier. Und heute. Ich müsste eigentlich jetzt in meinen Auftrag fahren. Okay. Ja. Und dann hier. Und dann hat er uns noch beleidigt, hier, ihr Wichser. Okay, und Sie haben wirklich gar keine Ahnung, wer das sein könnte? Nee. Nee. Gut. Ähm... Ich habe auch was gehört von der Schlägerei? Oder... Etwas in der Art? Keine Ahnung. Können Sie mir dazu irgendwas sagen? Also, die sind ja Blutflügel. Genau. Das ist ja von... Oder was meine? Na, Blutflecken, meint er. Ich habe gehört, es gab hier eine Schlägerei. Also, ich weiß nicht. Ich war nicht hier. Dann müssen Sie mir sagen, wenn hier irgendwas passiert ist. Nö, also ich weiß nur, wie ich das weiß hier. Also ich bin hierher gelaufen. Und dann waren die Blutspritze schon hier. Das kann man diese Laufbeziehung. Sie sind nicht von Ihnen die Blutflügel. Nee. Nee. Nö. Okay. Okay. Ja, gut. Eben sind wir. 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 Ich schau mal, wie wir das machen. Ich knall den gleich um. Sollen wir den umknallen? Äh, nee. Nicht doch. Komm. Ich verstecke mich ohne. Du bleibst da. Du sagst, der Kollege hat sie aufgemacht. User joined your channel. Okay, geh jetzt zu Ende. Was? Sie geht zu den Medics. Ja, ich will das. Ich boxe den gleich um. Will ich mal ranschleiten und zuhören? Nee, mach nicht. Wer dann bei dir stehen sollte, dann sag ich. Nee, es steht hinter der Medica mit RTW. User joined your channel. Also, ich hab gesagt, wenn er bei dir steht, sagt Bescheid. Ja. Dann geht's vorher los. Soll ich schon mal den ersten abknallen? Der Medik? Ich seh ihn. Ich seh ihn. Der war dann nicht. Die hauen ab! Wo ist denn der Bulle hin? Den hab ich erschossen! Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch! Hab ich das gut gemacht? Oh Scheiße, einer war dabei. Der war mitbeteiligt hinten. Das ist mit dem da oben, mit dem da hinten. Geh weg! Komm bitte! Schade, ich konnte den nicht treffen. Komm, 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 komm! Lass ihn doch! Wie wird den Bullen umgeklatscht haben? Klatsch! War das lustig? Was ist denn? Einen hab ich gut getroffen am Kopf. Kommst du? Wie lange abgehauen sind die Bullen? Na, ne den Bullen hab ich abgeknallt. Weiß was dann? Ja. Ne, weiß ich nicht was dann passiert ist. Ja. Und dann sind die... Ich wollte ja einen RTW abknallen, dann sind die abgehauen wie ein Pussy. Und stemme vor jetzt kriege ich einen Bahn. Lass mal zu meinen LKW gucken. Ist er schon da? Ja, puh! Wäre ich fast gleich runtergeknallt. Warte, der Bullen kann ich einen platten Reifen. Kannst du nicht klauen, Karre? Nee. Schließen immer zu. Kommst du? Wohin? Nach mir. User joined your channel. Nein, rufst du an. Nein, nee. Kein. Verstanden? Warte. Kannst du mal die Bullen anrufen, das ist eine Schießerei gehabt. Ja. Mikrofon activated. Hallo, hier gab es eine Schießerei. Wo ist eine Schießerei? Bei 940, wo er LKW-Logistik ist. Na ja, ich muss jetzt schauen, weil mein Kollege ist irgendwie allein sterbegefahren. Der war wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich hab gesehen, dass er umgefallen ist. Der war umgefallen. Der ist also erschossen von jemandem. Der war schwarz begleit komplett. Ich weiß es nicht, warum der... Alter, ne, fährt er. Ich fahr mal hin, ne? Ja, bis gleich. Ciao, ciao. Wie kommt das? Dann kommt der nächste Bulle. Und was mach ich gleich mit denen? Mikrofon muted. Hol deine Waffe raus. Noch nicht so gut im Zählen, mein Schnucki. Da wird's halt. Da wird's halt. Mensch. Kann nix treffen. Ja, weiter nix. Kann auch nix treffen. Kann's halt. Sehr witzig. Ich halte die Ausschau. Kann ich nicht nachladen überhaupt. Mit eher. Aber ist nicht. Ist schon. Ja. Kannst du mir noch Schuss... Äh, Schusskings abgeben? Äh. Oder? Weiß nicht, wie das heißt. Ich hab nur Waffenteile. Ja, ich auch. Weiß nicht, was ich bringen soll. Ja, die Bulle darf man ja abschießen. Aber nur keine mehr nix. Na, oder? Ich hab die Feuer gerade. Ich hör schon zur Ehne. Ach. Oder? Ja, passt hier auf. Passt du hier bei der Leiter auf hier. Siehst du die? Ja. Passt du die auf. Die sind nur zu zweit, die Bullen. Du musst halt eben treffen lernen. Du musst mit Maus, wenn ich auf dich erziele. Du, sieh mal auf mich. Hier, du musst so schnell reagieren hier. Ja, mit Mausbewegung. Mach mal. Hier, das bisschen mit hier bewegst. So mit hoch, runter, hier, links, weg. Dass du... Ja, genau. Dass du dann so gleich mitkommst. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Der Bulle wird abgeknallt, das will ich dir. Ja. Ja, Mann. Mit niedrigem Funk aber. Ja. 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 Bis gleich. Sü. Ja. Also er ist gleich da. Los. Jetzt an. Los. Hallo. Können Sie bei 940 kommen bei LKW Logistik? Wie ist Ihr Name? Klaus Wittmann. Bitte nochmal? Klaus Wittmann. Wollen Sie mal, warum schreitet der so hinter mir? Vorname Klaus? Ja. Nachname? Wittmann. Wittmann? Ja. W-I-I-E-D-I. Ja, genau. Wittmann. Waren Sie gerade schon beim LKW unten, wo der Rettungsdienst da war? Äh, ne. Okay. Was ist denn passiert? Ja, hier gab's Schüsse, ähm, na wie soll ich sagen, Schüsse. Oh, Bullen kommen. Ja. Sind Sie verletzt oder war das? Äh, ne. Aber ich wollte nur sagen, dass ja jemand Hilfe braucht. Ja, wer braucht denn da Hilfe? Ja, ein Kollege von mir. Mhm. Und was ist mit dem? Ja, der liegt unmächtig da. Okay. Dann sagen Sie dem mal, der soll den Notruf abschicken. Äh, weil ansonsten gehen wir dort unten nicht wieder hin. Wenn dort geschossen wurde. Ja, aber wie soll er das denn machen? Das kann er machen, wenn er am Boden liegt. Dann kann er über seine Smartwatch gibts eine Funktion. Die muss er. Wird immer auch angezeigt. Ach so, welche Taste muss er drücken dafür? G. Ach so. G für irgendwas, für Golf oder so ein Spaß. Ja, ja, bis dann. Alles klar? Ja. Was? Du hörst du bei? Ich hab's dir gehört. Das kannst du irgendwie nicht mehr. Hm. Lecker Blutspritzer. Ja. Oh, man haben die Eierflattern. Und ich tschüss. Was? Das hättest du auch sein können. Das hast du auch nicht mehr Sachen. Na, wir beide mal. Hallo? Na, wie? Ich hab gesagt, wir beide. Ich nehme mal deine Eier. Ui, Eier. Essen. Und ich hab's dir gehört. Oh, Tshinogi. Das ist ja ein Nothof absenden. Ja, dafür müsste ich dir aber umknallen. Aber geht der nicht. Da lebst du ja nicht wieder. Was ist das so'n Mist? Ja. Ja. Bist du da hinten? User joined your channel. Ihr Name. Hab ich gut erfunden, gell? Ja, als Dietmann ausgewählt. Was? Als Dietmann ausgegeben. Ja, Wiedmann. Ja. Ich hab Zeit, gell? Ich hab die 16 Nummer, da muss ich touchen. Komm, sag. Mit touchen. Mit touchen. Mein Schätzchen. Mein B. Jetzt kriegst du... Jetzt krieg ich's selber, ja, flach da unten. Tja, man ist so... Man ist immer aufgeregt, gell? Man weiß ja nicht, wann was passiert, gell? Ja. Leider. Wie meine Cash-App. Cash. Aber die App hätte funktioniert, aber da bräuchte es viele Tage. Leider. Da, wo ich doch dein Account gebraucht hatte. Ja. Meine Baby. Freunde, wenn du gefallen hast, lass gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns nicht wieder bei der nächsten Folge oder Video wieder. Tschüss. Bye, bye und abbie. Tschüss. Tschüss. Tschüss.